Du wirst auf dieser CD von mir in Spirit Waters und den Ahnen zu einer schamanischen Traumreise eingeladen. Suche dir einen bequemen Platz, setze oder lege dich behaglich hin und sei einfach ganz du selbst. Freue dich auf den Flug, diese Reise zum großen Kondor, begleitet von den Ahnen. Diese Meditation wird als heilende Erinnerung bei dir bleiben. Sie ist ein Geschenk an dich selbst. Der Kondor, der König der Lüfte. Er steht für den Kontakt mit dem universellen Bewusstsein und seine Botschaft steht für Heilung. Er sagt dir, was einmal war, spielt jetzt keine Rolle mehr. Erkenne ihn an wie ein Lebenselixier und die grundlegende Möglichkeit für deinen Heilungsprozess. Dein Körper, dein Geist und deine Seele dürfen heilen. Löse dich von festgefahrenen Strukturen, Menschen und Umständen, die dir nicht gut tun. Sie können nun verabschiedet werden. Schließe die Tore der Vergangenheit hinter dir zu, damit sich neue Türen der Gegenwart öffnen können. Stehe jetzt zu dem, was in deinem Herzen danach strebt, beachtet und gelebt zu werden. Der Kondor ist dem Element Luft zugeordnet, den Atem des Lebens, dem Wind. Er führt dich in dein Mentalfeld, deine Gedanken, Träume, Visionen, Projekte, deine Lebensphilosophien und Prophezeiungen. Es steht für deinen Herzensbereich. Du tauchst tiefer ein in die spirituellen Ebenen, die Hintergründe und deren Bedeutung. Die Magie der Reinigung, Heilung und Transformation. Du bist Teil des goldenen Zeitalters. Du bist Teil des großen Ganzen. Und du spürst, wie viele von uns, die Veränderungen dieser Zeit sehr deutlich. Vielleicht kennst du deinen Weg. Möglicherweise bist du noch auf der Suche. Nun ist die Zeit des Erwachens. Willkommen, willkommen im Reich deines Herzens. Willkommen im Reich des Seins. Ich möchte dich mitnehmen auf eine schamanische Reise in die Tiefe deines Herzens.